Berghai, liebe Funkerkameraden, liebe CB-Freunde, hier auf 1000 Meter am Schliffkopf. Hinter mir ist der Funkwagen und ganz hinten zählt das Hotel. Ja, was macht man hier? Mittwoch heute und Frühfeierabend ist jetzt so zwischen 14 und 15 Uhr und da habe ich gedacht, komm, hier die Nordkante vom Schwarzwald liegt dir zu Füßen, duis kurz so und nimm ein bisschen was mit an Antennematerial und baue mal kurz auf und dreh mal über die Kanäle. Mal schauen, was geht. Man hatte ja schon hervorragende Brandöffnungen in Norddeutsch, das habe ich sogar unten an der kleine KF in Obenau mit den Zimmerantennen mitbekommen. Da habe ich gedacht, mal schauen, vielleicht geht es brand auf. Im Moment ist irgendwie Spanien Italien getroffen und dann bis gleich ein Maik. Ja, unter deutscher Flagge am Schliffkopf der Funkwagen. Schnelles Besteck, gutes Besteck. Die Sirio Signalkieper, die legendäre Magnetfußeinheit. Da bin ich ja schon von der Zuflucht rübergekommen in die USA mit 12 Watt SSB. Und dann gleich nebendran die Viertelstrahler, die DV-Long-Dreiteilig-Alu eingebaut. Da kann ich mal hin und her schalten. Mal schauen, welche Antenne heute besser spielt. Der Vorteil hier unter der Woche ist halt, es ist niemand da. Der Wanderpikeplatz unter dem Schliffkopfhotel ist leer. Da habe ich gedacht, Mensch, Mittwoch hast du mittags frei. Heute Morgen noch pur lästig, vom Geschäft noch ein bisschen was rumgeschraubt. Und dann denke ich, komm, stadt durch. Das habe ich gerufen. Wir rufen zurück. Ja, Roger, ist alles angekommen. 3,70, Petri Heil, guter Fang. Das ist was, es gibt heute Abend in der Pfanne, ne. Da war jetzt noch ein Break. Das war, glaube ich, ähm, der Vokstrott 6,8. Also Schwarzwaldelch 3,70 zu dir und äh, Ongelze, ne. Ciao, ciao. Alles klar, mach ich. Ja, das Break bitte. Ja, Roger ist angekommen. Mach mal einen QSY auf die 2,6 bitte. Ja, ich war ja da gerade im QSY mit dem Schwarzwaldelch. Der ist unten in Schuttern irgendwo am Baggersee. Ähm, der ist dort, ähm, der hätte fünf Achtel ausgeschwungen. Der ist am Ongel, ne, dort. Und ähm, von dem sollte ich da noch viele Grüße sagen. Der hätte ich gerade nicht gehört. Äh, der hätte sich ja gerade rausgemeldet. Der hängt an der Ongelroute, ne. Mike zurück. Wer in 3,30, TN-Dichtation. Warte, ähm, jetzt guckst du mal auf den S-Meter. Ich bin jetzt auf der DV Long 3-Teilig-Alu und ähm, ich kann umschalten auf die Sirio Signalkieper, ähm, auf einem Meter Mastrohr auf Magnetfuß, ne. Also jetzt guckst du mal, ich immer, jetzt bin ich auf der, äh, auf der DV Long. Das Mike zu dir. So, Giorgio, du kommst bei mir ein mit San Diego. Sieh, also Sieh. Okay, ich schalte mal um. Moment. So, jetzt bin ich, so habe ich sogar, ähm, äh, fast zwei Wart mehr Sendeleistung auf den Signalkieper. Die Stehwelt stimmt. Jetzt guckst du mal, wie es jetzt ist. Ob es jetzt noch ähnlich ist, schlechter oder besser. Mike zurück. Diago, ein Züttel weniger. Ein Züttel weniger. Rato, ein Züttel mehr. Ähm, das war jetzt grad negativ. Kannst du nochmal wiederholen, bitte? Äh, das ist ein Diago-Meter. Ein Züttel weniger. Ein Züttel weniger. Ähm, du meinst ähnlich, dieselbe Werte. Rato, ein Züttel weniger. Ein Züttel weniger. Ja, das ist die Legende. Die Foxtrot Ego Tango Zulu. Gerade haben wir es von der Kette. Mike zurück. Ja, Roger, da haben wir es gerade von der Kette. Der Kette von Pierre, ne? Pierre, der Fetz ist dran. Kannst du noch aufnehmen? Ich gib's Mike mal hoch nach Burgheim in die Rebe. Pierre, zu dir. Ich sitze hier in der Fetz. Ich sitze hier in der Fetz. Ich sitze hier in der Fetz. Ja, aber den, 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 den krieg ich nicht hier. Ja, du bist in der City unterwegs. Okay, ja, er hört dich auch nicht. Ja, du hast die KF, ähm, jetzt im Auto in Betrieb. Oder wie, wie soll ich mir jetzt das vorstellen? Mike zurück. Ja, die gibt's ja, KF. Die schickt er mir im Fußraum und beifahre rein. Im Betrieb, ja. Ja, und wie machst du das? Da ist ja ein Netzteil eingebaut für 220 Volt. Ja, wie machst du das jetzt mit der Stromversorgung? Hast du noch ein Netzteil eingebaut, wo ein Ding, wo es mit 12 Volt läuft? Ja, das ist ja legendär, ne? Das ist ja prima. Äh, von der Außenmaße, wir händ's ja schon mal der Fu-Kette, Pierre und ich. Die ist ja da ein bisschen länger, ne? So wie die Universum, ähm, Funkgeräte. Da gibt's ja auch die Universum Mobil und die Universum, ähm, KF. Ähm, damals die, die 12-Kanal AM, ne? Mach ich zurück. Und eben die KF ist ja länger, ne? Ja, die ist ja breiter, viel breiter, weil noch ein Ding drin hat, da ist ein Selektivruf. Ja, Roger, Roger, ich werd irgendwann mal so ein Universum-Video machen. Ich hab ja die Universum KF daheim, von Ebay günstig, schon länger. Und dann hab ich noch ein Universum-Handquetschen, 3-Kanal. Und jetzt fällt mir noch ein Universum-Mobilkisch, da hab ich, ne? Ja, die Felder, das glaubt man. Das waren ein Schrott, ja. Ja, damals war das für uns, waren die Geräte alle wertvoll, ne? Ja, Pierre, hörst du irgendwie was vom Fetz? Der ist in Aufeburg mit dem Auto unterwegs. Pierre, zu dir. Ja, Roger, Roger. Also, Pierre, der Pierre hör dich nicht, Michael, ne? Ist interessant, da quatschen wir grad von dir und von dieser Giftsberg-KF. Und du fährst da in Aufeburg rum und hast die KF im Auto liegen und meldest dich riech, ne? Die Welt ist klein, mein Lieber, Mann. Na ja, klar, gell? Ich hab ihn von 40 Euro ein bisschen abgekauft. Ja, Roger, und ich hatte ja auch so, da von deiner Ex-Oberwelle, kann man ja bald sagen, ne? Hatte ich ja vor zwei Jahren die Mobil-Giftsberg abgekauft. Ich weiß gar nicht mehr, 50 Euro, irgend so was, ne? Mark zurück. Ja, Roger, genau. Ja, das war super günstig, die 40 Euro. Ja, das war fair, das war sehr fair, ne? Ja, und dein Mobil-Giftsberg ist kaputt im Moment, oder? Was ist da los? Nein, und da funktionieren sie nicht mehr. Ah, Roger, ja, verstehe ich, verstehe ich, ne? Ja, Pierre, ne, der Michael kommt gut drauf, der macht auch eine Santiago 6 und eine Radio 4 bis 5, ne? Was hast jetzt du da für eine Antenne auf dem Auto, Michael? Da hab ich die drauf und dann, äh, von der Cefirio Antenne, eine 1,50 Meter lange. Ja, Roger, ja, das ist jetzt ein Santiago 7, Radio 5, ohne Störungen, ne? Das spielt ja super. Im Moment bin ich jetzt auf der, auf der Cefirio Signalkieper, Stationsantenne mit einem Meter Mastrohr, auf Magnetfuß und kann aber auch noch umschalten auf die DV lang, ne? Ja, ich hab zwei Viertelstrahler hier auf dem Auto und steh am Schliffkopf hier, schön im Grünen, ne, sozusagen, ne? Ich geb dann das Maik mal zum Pierre, Pierre, zu dir. Roger, ich hab auch den Kaiser-Giftsberg, entschuldigt, eingebracht. Ja, Roger, Roger, wenn das so weitergeht, dann kommt noch halb Deutschland zu dir, Pierre, und kauft Funkgeräte HI, ne? Ja, du, Michael, die Pierre funkt mit einer Cereo Sander Meter an der Stationsantenne, der kommt super rüber, ne? Das funktioniert, Berg zu Berg. Aber Berg zu Tal funktioniert es nicht. Ja, stimmt, da müsst ihr halt was Gräsers aufbauen, ne? Ja, und was macht denn die Tulpenmobil, was hört man denn da? Gibt's da noch Signale, ne, Michael, Maik zu dir? Ja, der hat mich über das Handy angerufen, ne? Dann hat man gesagt, ach, hier ist 26 seit. Ja, und wo ist er? Ist er irgendwo oberkünftig? Das ist bei Rotweil. Yes, das ist gut, was macht er dort? Ist er irgendwo im Wald, in der Hütte? Weine Ahnung. Na ja, vielleicht meldet er sich ja noch ihn, wenn er uns hört, ne? Ja, der Tulpen, der will ja jetzt dann seine Reise in den Osten antreten, ne? Das hat er ja geplant, ne? Mit Motorroller und Hänger. Und so will er aber die McKinley noch holen, von Pierre. Was will er denn, McKinley will er auch noch holen? Ja, 40 Euro von Pierre. Yes, das Pierre, du machst ja Ausverkauf, ne, Pierre. McKinley, 40 Euro. In der Schussverkauf, in der Schussverkauf bei... Ausverkauf bei Foxtrot 6, 8. Yes, das Gott, ist ja Wahnsinn, ne? Ja, super, super, ne? Da sind ja alle gut versorgt mit Funktechnik. Ja, ich habe den Hintergrund. Heißwald-Loruss-System-Flagge. Ja, zum Hintergrund musst du halt den Kaufland rein, Batterie holen, gell? Alles klar, 73, schön, dass du dich reingemeldet hast, ne? Schöne Runde. Hier am Mittwoch, ne? Am frühen Vor- und Nachmittag, ne? Also dann, 73 nach Offenburg und dann bis zum nächsten Mal. Ich melde mich ja wieder rein, wenn ich jetzt zurückkomme, gell? Ciao. Roger, ciao, ciao, jetzt rufe ich mal nach Rottweil. Ähm, was ist denn da los, Tulpa 1? Hörst du uns? Ne, da hört man nix, Pierre, da hört man nix. Bist du schon länger oberkünftig, Pierre? Ne, das ist nix, bin gerade angekommen, gerade angekommen. Ja, Roger. Ja, sag mal, diese Stationsantenne da, diese Sander, Sirio Sander, ähm, die hört auch gut, ja? Ja, hast du einen guten Empfang, bitte, ja? Ja, ich hab einen sehr guten Empfang mit der Antenne. Roger, diese Antenne wurde ja von vielen verflucht, ne? Dass die nix taugt und keine Reichweite hat und nix hört, aber auf dem Berg spielen die ganz gut. Ich hab die ja auch schon alle hier oben gehett, ne? Ähm, die Michael hörte ich jetzt unten zwar nix, aber ähm, hier von Berg zu Berg ist das optimal, ne? Ja, Roger, ich hab ja hier diesen, äh, Upstepper, äh, hier bei mir in der Elektro-Box, der hängt ja da und macht aus dieser mageren 12 Volt von der Bleisäure-Batterie, ähm, hab ich hier immer, ähm, 13 Volt oder noch ein bisschen mehr, ne? Ja, Mike zurück. Ja, Roger, stromversorgungsmäßig, äh, gab's bei dir eigentlich kaum Probleme, ne? So wie ich das jetzt in Erinnerung hab, ne? Ja, ich will mal den Rucksack mitnehmen. Ich hab mir da mal was zusammengebastelt mit so einem kleinen Eremit-Akku. Und dann will ich mal da rauf fahren und lauf mal irgendwo in Pampa und nehm den Glasfiebermast mit und Kabelantennen. Und dann hauck ich mich mal irgendwo mittel in den Wald mit dem Campingstuhl, hi, ne? Ja, das ist ja schön, dass das da hier grad klappt, ne? Dass wir da uns grad erreichen. Das Wetter geht ja auch, ne? Ja, Roger, ich hab halt den MM27 hier im Antenne-Kabel und, ähm, der hilft mir halt wie bestimmte Antennen, wenn's dann über 80 Kanäle geht, ähm, dann kann ich halt doch ein bisschen nachstellen, ne? Ja, das ist halt dann doch, ähm, 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 doch immer wieder besser, wenn man dann Stehwelle wenige korrigiert, ne? Ähm, so viel Verluste hätten wir da auch nicht. Und mit dem MM27, den hab ich auch daheim. Das funktioniert, ne? Also da kann man mit leben, ne? Allerdings, ich tue die große Stationsantenne, wenn ich die hier aufbaue am Funkwagen, ähm, dann fahre ich auch direkt pur, ähm, mit einer ideale Stehwelle, ähm, vom Funkgerät direkt in der Antenne, ne? Mike, zurück. Ja, das ist ein super Signal, ne? Ja, das ist ein super Signal, ne? Geklaut und deutlich und, äh, die Störungen sind jetzt auch, also die Stationsantenne, die bringt nichts mit, groß an Störungen, das funktioniert, ne? Sirio Sander, ne? Das ist, äh, das hört sich ja schon mal gut an. Okay, ich hab noch eine, äh, 10-Mitte-Pan, 10-Mitte-Pan, QAX-Berät. Ja, jetzt war da noch ein, äh, QAX-Bär, ich lass das QAX mal rein. Ja, grüß dich, Station Kujo hier, Mikrofon der Thorsten, Kujar Ottenhöfen, stehst du an der Hochstraße? Servus, äh, Station Kujo hier. Ähm, Thorsten grüß dich. Ja, ich bin am Schlief-Kopf-Vertel, hab ich grad Halt gemacht. Ähm, du machst hier ja eine 7.5, ne? Ich bin da im, äh, QSO mit der Station Foxtrot 6.8. Der ist, äh, in Boikheim in der Rebe. Ich weiß nicht, ob der dich hört, ich frag mal nach. Ähm, äh, Pierre, hörst du die Station Kujo in Odenhöfe? Ja, 7.7, kann ich nicht drauf nehmen. 3.7 an die Station, trotzdem. Jawohl, Roger. Ja, 3.7 nach Odenhöfe von, äh, Boikheim aus der Rebe, ne? Äh, Thorsten, Zmeik zu dir. Ja, danke dir, danke dir. Du, ich, äh, hab dich da grad gehört, ja, ich, äh, bin der Odenhöfe Richtung Allerheilige. Äh, und, äh, ja, daheim, ja quasi, aber ich hör leider da von dem Pierre da auch nix. Die 3.7 zu ihm, äh, in seine Richtung. Ja, du, äh, du bist ja der Lassi, gell? Roger, Lassi 01, ja. Ähm, ja, ich, äh, hab heute Mittag frei, äh, und hab ich denk, ich fahr noch grad ein bisschen rauf. Hab noch zwei, ähm, Viertelstrahler auf dem Auto, ähm, und hab da ein bisschen, äh, getestet noch. Und jetzt haben wir da schon ein paar, äh, QSO-Cats, ist immer was los, ne? Hi, ne? Mike zurück. Ja, Roger, Roger, du warst du, äh, vor zwei Tagen auch QRV, also da war ja die Höhle los. Da war ja voll das, äh, DX Richtung Hamburg, Bremen, Berlin, äh, ja, in die Richtung. Holland hab ich gearbeitet, also war recht gut. Ja, Roger, ich hab das mitbekommen, ich war leider nicht der Trusse. Ich hab daheim, ähm, ähm, Aldi TV 27 auf dem Heizkörper. Und hab daheim, obens, das war ja später oben dann, ähm, hab da die ganzen Stationen gehört. Berlin, äh, Brandenburg und so weiter, Küste, das war prima. Die, äh, die hab ich unten in Obenau wunderbar aufnehmen können, ne? Mike zurück. Ja, Roger, Roger, ja, das war ein richtig schöner Oben, aber bei mir war er noch kurz. Ich hab, äh, nur eine halbe Stunde ungefähr gemacht hier. Äh, ja, hab da vier, fünf, sechs Stationen gearbeitet. Äh, Berlin, Hamburg, Bremen, dann war Holland noch dabei. Roger, ich bin auch grad so ein bisschen am Filmen wegen den Antennen eigentlich. Ähm, soll ich dich mal mitschnieden, dann hörst du dich im Video hier, ne? Du, das darfst du gerne tun, das darfst du gerne tun, äh, aber bitte, das Beste rausschneiden, hei. Ja, das sind ja nur so kurze Episode immer von den QSOs, ne? Ähm, ja, dann sehen die ganzen Leute auf YouTube, was da bei uns los ist, ne? Und du kommst da über den Buckel, ich hab ja noch 50 Meter Schliefkopf hinter mir. Und dann geht's ja hinten runter nach, zu der Richtung Allerheiligenwasserfeld, da ist auch der Höfe, ne? Für die Leute, die nachher mitgucken im Video. Und das funktioniert, du kommst 7.5. Und der Pierre ist in Burgheim in der Rebe mit einer Sirio Sander Meter Stationsantennen. Mit, äh, PL-Adapter auf dem Magnetfuß. Und der kommt ja auch ähnlich rüber, ähm, fahrt nicht so gut wie du, aber sehr gutes Signal, ne? Also Pierre, das Maik zu dir. Ja, danke dir fürs Mikrofon. Äh, du Tommi, du bist doch mit einer McKinley unterwegs, oder? Ja, Roger, die läuft, die hab ich ja mehr oder weniger hier fest im Funkwagen hinten drin. Das ist das Gerät für alle Fälle, ne? Ähm, und die spielt ja gut, die fährt jetzt mit 4 Watt auf die Signalkieber, ne? Maik zurück. Ja, das ist, äh, sehr gutes Gerät. Also ich hab bis jetzt noch nichts Negatives auch, äh, oder in die Richtung gehört. Äh, und ich muss sagen, du drückst bei mir jetzt gerade mal, äh, Signal 8 und eine Radio volle 5. Ich meine, ich hab hier noch irgendwelche andere Störungen drauf, die drücken, die drücken auch rein. Aber du kommst da, äh, gut drüber, nur halt, äh, wenn das, äh, die Störungen in die Spitze, da, äh, merkt man das an der Modulation. Aber sonst, äh, muss ich sagen, ein sehr sauberes, klares, äh, Signal hier. Ja, Roger, ja, das hört man natürlich gern. Ich hab da ein Maik dran, das ist ein Albrecht Maik, ne? Das ist, äh, ähm, ich film's grad mal mit. Das ist ein, äh, Albrecht Maik von neuerer Albrecht Geräte. Und das ist von Alex Radioshop in Bayern ist das extra, äh, für die McKinley, äh, modifiziert. Das bringt ein bisschen mehr Dampf. Aber ansonsten ist ja die McKinley original. Ähm, ist jetzt interessant, wenn du jetzt da grad, äh, das S-Meter so genau im Blick hast. Ich schalte jetzt mal um von dieser Sirio Signalkieper auf diese selber gebastelte DV dreiteilig Alulang. Mal gucken, ob sich da zu dir nach Ode Höfe was verändert. Gerade im Moment. So, jetzt muss ich, äh, Moment, muss ich die Stehwelle ein bisschen nachstellen. Die geht mir da ein bisschen fort. Äh, gerade ein bisschen. So, jetzt, äh, ja, ich muss noch ein bisschen an die Stehwelle was drehen. Gerade im Moment, da hab ich den Matcher. Weil die Antennen sind doch ein bisschen unterschiedlich jetzt von der Kabellänge. Und, ähm, so weiter, ne. Aber jetzt kommen wir nach. Ja, wie sieht's denn jetzt aus? Jetzt bin ich auf dieser DV-Long eingebaut. Ist das Signal noch, äh, ähnlich wie mit dem Signalkieper? Maik nach Ode Höfe. Danke dir fürs Maik, äh, Tommi. Ja, äh, das Signal ist ähnlich. Äh, ich weiß nicht, inwieweit du, äh, das S-Meter kennst von, Herr George 2. Die sind ja so, so Balkenanzeige. Und, äh, ich, ich muss jetzt sagen, du bist ja gleich wenig gefallen. Du bist ja gleich wenig gefallen, was das, äh, Signal auch geht, Roger. Ja, Roger. Ja, super, ne, für die Info. Ähm, ich hab bei dir jetzt auch ein bisschen Rauschen drin. Wegen dem schalte ich jetzt wieder um auf die Signalkieper. Gerade im Moment. Äh, wie kann man den Live-Pro-Akku laden? Ja, das ist so. Also mit einem normalen Ladegerät geht das nicht. Ne, da brauchst du extra ein Ladegerät für Live-Pro 4. Ähm, da gibt's dann, ähm, es gibt Multi-Ladegeräte. Ich hab da eins vom, äh, Baumarkt. Ähm, das fragt dann, wenn die Batterie, wenn es an der Batterie hängst, äh, was willst du laden? Und dann kannst du da auf, ähm, auf Live-Pro 4 umschalten. Und dann, ähm, kannst du damit mit 4 Ampere laden. Allerdings die kleinere Live-Pro-Akku, die ich da hab, die lade ich mit so einem, ähm, na, mit so einem Stecker. Mit so einem Steckerladegerät extra für Live-Pro 4. Und eben für das, das hab ich mitgekauft mit dem Eremit-Akku. Ähm, das hat ja nur 1 Ampere Ladestrom, ähm, dass die kleinen Akkus da nicht überstrapaziert werden. Da steht auch irgendwie in der On-Leitung, äh, man soll, äh, maximal 1 Ampere oder 4 Ampere Ladestrom nehmen, ne. Ja, Roger, Bär, Roger, dann die 3,70 zu dir, ne. Und dann hätte mich gefreut, dass wir uns erreicht haben. Und, äh, lass es dir schmecken. Ein guter Vitamin-Kurs auch daheim bei der Oberwelle. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Cheerio zu dir, Bär. Maik nochmal zu dir fürs Finale. Ja, Roger, wenn ich über den Pass fahr, ich ruf mal nie. Also, mach's gut, Cheerio, bye-bye. Bye-bye an der andere Station auch. Roger, ich riech's aus. Ciao, ciao. Ja, Taschen de Bär baut ab oder geht heim. Der hätt Hunger, ne. Ja, da, ich werde jetzt dann auch, ähm, hier dann langsam, äh, zum Schluss kommen. Ich würde jetzt gern bis in der späten Abend, äh, hier oben blieben. Aber ich muss daheim auch noch ein paar Sachen machen. Und ein Video will ich nebenher auch noch schnell fertig schnieten. Äh, die Zeit muss ich nutzen, weil morgen bin ich wieder den ganzen Tag auf Kur Lästig, ne. Maik, zurück nach Odenhöfe. Ja, danke fürs Maik. Ja, äh, grüß mich, der Autopierre, 73 von meiner Seite in, äh, in seine Richtung. Schade, dass es nicht funktioniert jetzt. Vielleicht klappt's irgendwann, wenn ich mal drüber stehe auf dem Berg. Äh, du, Tommi, ich wünsch dir was, 73 zu dir. Und hat mich riesig gefreut, äh, dass wir uns auch mal wieder hier getroffen haben. Ja, Roger, Roger. Ja, hätt mich jetzt auch sehr gefreut, ne. Ja, Bergheil, liebe Funkerkamera, der Bergheil, ne, hier am Schliffkopf. Ja, ne, unverhofft kommt oft. Mittwoch, früher Nachmittag hier, schöne Runde. Äh, ich hab jetzt fast eine Stunde noch das QSO geführt mit dem, äh, Thorsten drüben, drunten drüben in Odenhöfen an seiner KF-Station, die Station Kujo. Und, ähm, dann wünsch ich euch mal die Doppel-5-73 hier aus dem Nord-Schwarzwald. Bis bald mal wieder. Die Lessi-Station meldet QAT. Ciao, cheerio, bye-bye. Ach so, ja, noch was. Ähm, da war ich ja letztens mal mit einer 60er, ne. Und da, wenn ihr mal den Tommy sehen wollt, ohne Bart, ähm, da blende ich hier am End vom Video in der Bilderschau, äh, noch ein Foto von der Geburtstagstorte mit ein. Und da seht ihr mich mal in jungen Jahren ohne Bart, h.i., ne. Also das war's dann aber, ne. Ciao, ciao. 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 Musik 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 Musik